die 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 so meine Damen und Herren willkommen jetzt zurück zu sein in einem Folge von Rolly heute mal nur mit Rolly jetzt muss ich ja überlegen wer du eigentlich warst mit Rolly haben wir gerade noch gesagt wir werden noch was anderes spielen mal gucken ob ich da was aufnehmen ähm ich frage mich grad wo überhaupt Rolly ist ja ich bin ah da jetzt muss ich erstmal Rolly suche bei mir standen irgendwelche anderen Namen noch da ähm Element ist jetzt nicht mehr dabei den hat die Lust verschlagen das hat so viel Spaß gemacht mit mir zu spielen siehe letzte Aufnahme ähm dass er gesagt hat jo ich will was anderes spielen war die falsche Seite ja aber ich weiß nicht ob das eine Aufnahme war ich glaub schon ich hab ja damals schon Handball gespielt gehabt und da war ich genauso gut wie hier wenn ich es bloß einer aus meiner alten Schule sehen würde würde mir recht geben ah scheiße fast abgewehrt nein ah scheiße wir müssen ja hier rein ich hab die ganze Zeit das falsche Tor angepeilt du bist blau ja ich weiß du hast einfach Formation ich hab die ganze Zeit das falsche Tor angepeilt ich hab ihn zerstört aber den Ball nie getroffen was soll denn das für eine Scheiße ich hab mich schon so auf die Nacht da werde ich so viel schneiden ganzen Portal folgen mit Enderman noch Battlefield folgen komm gib den oh nein die ja ich bin doch schon auf dem Weg nach vorne oder nach hinten Mist der Typ hat mich in die Luft gejagt ja ich hab's gerade gesehen ja oh das wär's jetzt gewesen Entschuldigung alles klar komm jetzt ne scheiß Position Mann das war ne scheiß Position ja 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 ne ne Was war das gerade für den Sprung, hey? Du musst ihn nicht nach links schießen, nach rechts muss der. Ah, nee, nee, das war schon alles richtig. Oh, da bist du ja. Ah, ich will höher springen können. Da hätte ich ihn gekriegt. Komm jetzt! Er geht drüber! Jetzt! Ich habe getobet mal gehabt. Das ist die Späteregktion. Ich weiß immer nur Ausreden, das sagt mein innerer Kollege auch. Ich weiß. Jetzt hätte er nach links gemusst. Oder nach rechts. Komm, wir müssen jedenfalls abwehren. Das geht auf den... Links raus. Ist gut so, ist gut so. Oh, ich hatte die Nacht einen richtig krassen Altraum. Ich habe geträumt, meine Mutter war... Oh, nein, nein, nein. Meine Mutter war mit mir und meine Schwester auf der Gamescom gewesen. Das war so fucking peinlich. Der geht nicht rein. Der geht nicht rein. Ja! Jetzt! Komm! Nein! Komm, geht rein! Nein! Nein! Mann! 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 Ich brauche Boost, genau Ich finde das am Ende finde ich immer lustig, so rumzuspringen Tor-Explosion, neue, geil So, in der neuen fucking Runde sind wir jetzt wieder mit Rolly unterwegs Uns ist gerade noch von dem Ball aufgefallen da wir jetzt nicht in der Match spielen Sind wir ein bisschen besser aus dem vollenden Grund weil wir leichtere Runden haben Ja, ich bin vorbeigefahren da kam das Achtung, genau Sind das Ballons im Hintergrund anstatt Menschen? Achso, einfach Punkte Ich komme Naja, nicht so gut Es ist mal wieder schön nur mit Rolly eine Runde aufzunehmen fällt mir gerade so auf Ist so schön entspannt, aber es ist trotzdem nicht langweilig Ah, scheiße Wäre nie da gewesen Der ist zu hoch, der ist zu hoch Äh, ja Aber nur ein kleines bisschen Ich bin scheiße, ich weiß Schön, dass man man twiften könnte Ja, Mann Ja? Ja Wirst du mit Gamepad? Nee Ja, dann weiß ich das ja nicht Ah, ich weiß es Ähm Umschalt Nein! Ah, der ist hoch Nein, der war zu weit rechts Nein, das ist scheißegal gewesen Aber der war ein bisschen so hoch Der geht rein Oder auch nicht Nein, der geht nicht rein Doch, der geht nicht Nein, ich hab Ah, ich hab keinen Boost Ja, dann Da war er reingegangen Ich hab gerade gesehen Dein Untergrund ist ja grün Das sieht geil aus Der geht rein Das hilft Ha 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 Ah Scheiße Hätte man noch Boost Gap Ja, rein Hätte man weiterschießen Ja, komm Nein Mach zum Oh, come on Scheiße Wer ist jetzt so daran vorbeigefahren Äh Also ich würde mal sagen Ich nicht Ja, wow Scheiße Das war schon okay Ja, der geht wieder rein Wir haben ja überhaupt keinen Punkt bisher gemacht Aber ich hab die meiste Punkte gemacht Wow Ich bin stolz Es ist geil zu schlittern Zu twiften Da ist man gleich ein bisschen besser mit hüften Ja Geht doch Weg ist er Bringt uns zwar nicht mehr viel, aber Der Kläger war aber auch keine große Hilfe Nee Es gab nichts Und der geht Oh, ja, genau Genau, der geht noch rein Was soll denn das Oh, na gut Spiel beendet Leute, ich würde mal sagen Das war's mit dieser Folge Wenn euch da ganz breit gefallen hat Gibt nur noch rum Wenn ich da hinten noch unten Schreibt mir, kommt da Wo mehr davon sehen wird Oder auch nicht Ich hab jetzt einen Scheißdachaufsatz Den lege ich hier Bah Ich lege an Ähm Wie gesagt Wenn euch da ganz breit gefallen hat Gibt nur noch rum Wenn ich da hinten noch unten Dann ein Rolli Das dann noch dabei war Dann bis zum nächsten Mal Sagt ihr mir das Wort Ciao, ciao See